So, dann wollen wir mal wieder eine Runde Delny spielen und wir brauchen noch so drei, vier Punkte. Und dementsprechend muss ich jetzt mal ein bisschen Gas geben. Hier, ich sag mal, ein bisschen Gas geben, ein bisschen lauter machen, das ist ein gutes Stück. Für mich. Boah, wir sehen, ob wir hier mit der Delny mal ein bisschen punkten können. Ich meine, die Delnyer satte 10 Kilometer Tops. Also, da können wir uns schon mal nicht beklagen. Können wir jetzt mal einfach mal ein bisschen so in die Richtung schießen, nur damit wir so ein bisschen was aufgeht. Trotzdem nicht aufgegangen. Trotzdem nicht aufgegangen, schade. Jetzt gedacht, da er feuern gleich mal bei mir. Das ist ja ein Träumchen. Die kommen hier ran. Die Nann würde hier rankommen. Ja, wo auch immer. Ich bin dann da genebelt. Das war natürlich jetzt ein Fehler, die Tops da schon rauszuhauen. Da komme ich nirgendwo ran. Die ballern mir hier, meine Jungs, alle kaputt. Das ist halt kacke. Das ist halt kacke. Das ist, wie es ist. Die Road Island. Da komme ich auch nirgendwo ran, ne? Nee, doch jetzt gleich. Gleich müssen wir Gas geben und dann kommen wir da rauf und ran. Angela Kningarus? Ab миллиbasierter. Na klar. auf der... Das war's. Und kill. Kill Bill. Ja, das ist ein Leben natürlich ein bisschen unnötig, eigentlich. Ja, die Genanen sind auch schon tot. Nee. Na, Tavo ist tot. Jetzt hat er wirklich interessant, wo die Genanen hin ist. Ja, das ist ein Leben. Ja, das ist ein Leben. Ach, Mann. Ja, das ist ein Leben. 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 Ja! Das ist ein Leben. aufgegeben. Äh, ne. Die ist tot. Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir hätten die vernichtet. Ein nettes Teil. Also, ja. Vielleicht war ich von der Schabarossa einfach zu beeinflusst und war zu negativ drauf, hatte dazu negative Vibes. Einfach, ne. Und deswegen, ne, die Ellingberg hatte mir eben gerade ja so einen wunderbaren Nebel gesetzt. Ich muss mir auch mal überlegen, ob ich sie nicht vielleicht doch mit Nebel spiele und statt... Das ist so eine Überlegung. Allerdings bist du... Eigentlich bist du der Fahrer und der Macher. Eigentlich bist du der Fahrer und der Macher. Dann musst du hier nicht... Ah, stimmt schon. Die fährt eh nicht in meine Richtung. Wo ist die jetzt weg? Zu weit. Problem ist ja immer, das ist ja was, was ich noch nicht gelernt habe. Ich muss halt dichter heran, aber zu dichter habe ich halt auch. Also. Also. Ah. superiorer. und das ist genau das was ich wollte das war nicht warum setzen die alle so netten hiebel für mich ist echt uber nett das ist auch deine aufgabe nicht nur meint aber das sieht ganz gut aus treten und ich würde sagen kurz wenn ich da gar nicht ganz gut und ich auch mal kurz sieht doch schön bei mir ruhig macht schon spaß es ist jetzt nicht so dass es keinen spaß machen also macht jetzt nicht es ist jetzt nicht so dass es keinen spaß schlossalarm macht schon laura wird immer noch offen ist nicht mehr so viel los hier aber noch mal so zum spaß auswerfen aber keine ahnung ist es wurde irgendwo schon mal gesichtet worden mann hau doch nicht immer ab wie soll ich mir auf die schießen puerto rico muss auch irgendwie auf die schießen können aber wenn man abhaust was was schöne bewegungen da mal locker dahin setzen und was im niveau wird es gut ist jetzt weil ich so ein millimeter hinter der insel bin oder was das porto das ist ganz fast tot das haben wir dann noch viel haben wir ja auch nicht mehr aber kommt redig geschützchen redig ich bin aufgeteckt ok wie auch immer ich aufgeteckt wahrscheinlich wo ist sie erst hier das ist getroffen haben das schaue das hier was auch immer du jetzt treppen wolltest die marseille wird jetzt hier um tingeln und sich in der belge stecken da kommt sie schon ich habe einen zweiten tauswerver schade brennt man von so nett gedacht halt das war die falsche jetzt noch ich wollte zwölf also wenn das ding mal immer wieder auftauchen müssen ich habe das jetzt in ja ok hast du auch gern das war so ein bisschen wieder cocky von mir schade nicht mal ein kill muss ich mal aufhören zu brennen bitte mit dem arme aufhören zu brennen das war doch mal eine ganz passable runde würde ich sagen um überwahrung ist an ist also nicht hier in der nähe weil sonst nur sie ich will mit marmacken ich bin wir kann sie nirgendwo sagen die noch keiner gesehen hat Okay, macht schon Laune, schön drehen, schön drehen jetzt, schön überwiegend bleiben, schön überwiegend bleiben. Das ist heftig, was die so abwirft. Stell dir vor, du bist da unten jetzt, das wäre der absolute Tod. Also sorry, ich hätte die Kamera nicht auch anmachen können. Mittlerweile ist es ein sehr angenehm viel hier. Aber, naja. Er will jetzt auch mit dem, ja gut, ich will jetzt auch mit dem nochmal eins. Jo, schön. Und mitgemacht beim Dings, vor allen Dingen. Das ist das Entscheidende beim Cap'n. Ich würde sagen, achso, das seht ihr ja gar nicht. Ich wollte gerade die Daumen nach oben zeigen, aber das seht ihr ja gar nicht. Boah, angenehme Runde. Mir macht das Ding immer mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab. Sehr, sehr angenehm. Old Island gekillt, Hallam gekillt. Das geht nicht. Ein bisschen Punkte haben wir auch gemacht, ein bisschen Geld haben wir auch gemacht. Da wird es ja nur schwarzen Bonis drauf, sondern ich glaube, ich habe auch hier nicht den Dings drauf. Denn, den Boni habe ich das Bonus-Paket, habe ich hier glaube ich nicht drauf, oder? Oder, habe ich hier das Boni-Paket drauf? Ne, das ist es nämlich, deswegen habe ich auch so wenig gemacht, weil das Schiffsboni-Paket nicht drauf ist. Ja, ich würde sagen, deldi, 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 ne? In diesem Sinne, einen schönen Sonntag auf euch allen. Und ja, bis denni. Bis. Jo filling.